Ich habe super Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock, was zu machen. Wir sind super motiviert auf jeden Fall. Ah, fuck. Ja, ne, ja doch auf jeden Fall, ja. Okay, dürfen wir dann maximal, das ist überhaupt kein Stress, wir haben das Hygienekonzept am Start. Also, wegen Hygienekonzept. Ne, ne, wir würden das auch so machen wie in der Sommersünde. Gleiches Prinzip, aber das kriegen wir schon. Ah, ihr sagt die ganze Tour ab, oder was? Ah, krass. Ja, ne, muss ich einfach schnell vorgehen. Also, geht bei euch quasi, 2020 geht gar nichts mehr. Gar keins. Dann telefoniere ich halt nochmal mit dem Herrn. Boah. Ja, vielen Dank. Für nichts. Ne, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ne, 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 glaub nicht. Das sind Fiktionsmittelspender. Wir stellen die Stühle so auf, dass es passt. Wird sich schon wieder besser, oder? Bin guter Dinge. Bin guter Dinge. Das schaffen wir schon. Ne, Alex. Ähm. Wo liegt, wo liegt Grenzidenzwertrat? Dürfen wir maximal 100 Leute im Raum haben. Mit Band. Und allem drum und dran. Ne, 80 nur. Okay. Die ganze Zeit, auch während des Konzerts, Maske tragen. So macht doch ein Konzert nur Spaß, oder? Äh. Ne, das Problem ist, und das ist einfach für die zu aufwändig. Ja, extra für uns irgendwie aus Berlin herzufallen. Das ist halt echt schwierig, ja. Also, kann ich schon verstehen, aber das ist halt doof, ja. Wir kriegen auf jeden Fall, bekommen wir irgendwie eine Sünde dieser, oder? Keine Ahnung. Guck mal, ey. Mit 22 ohne eine Sünde. Okay. Mhm. Klasse. Okay. Ciao. Ja. Hi, Tom. Das ist der Goldie vom Syndikat. Hi. Ähm. Erinnerst du dich an unser Gespräch vorletztens? Hast du denn noch Bock drauf? Abonniert und bestimmt. Entschuldigt auf, das ist das auch. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 Untertitelung. BR 2018 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 Don't you see what I see? Don't you see what I see? Oh, it's alright. Call me the victory. All you have. Call me the victory. Don't you see? Take a look around. 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 Use a hideout. Take a look around. Take a look around. Take a look around 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 So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 So, jetzt muss ich mich mal kurz in die Szene reinfinden. Ich bin der Lucky, der hartgestresste Lucky, der quasi hart am Start ist, um Bands zu finden für die Sünde. Aber man findet keine Bands und man findet gar nichts. Denn es suchen ständig Leute, wie zum Beispiel eine Band sie absagt.